Hallo und herzlich willkommen meine Ladies und Gentle Nerds zum Review vom Creality Ender 5. Und dieser 3D-Drucker hat meiner Meinung nach eine ganze Menge zu bieten und ich denke mal, man sieht hier auch, dass ich diverse Sachen damit gedruckt habe und vor allem nicht nur kleine Sachen, sondern, naja, vorwiegend eher große Sachen. Nicht weil er jetzt einen besonders großen Druckraum hat, weil die Druckfläche ist, denke ich mal, relativ ähnlich wie bei anderen 3D-Druckern auch. Wir haben nämlich hier 220x220x300mm von der Druckgröße her, was ein ziemlicher Standard ist, meiner Meinung nach. Aber was ich bei diesem 3D-Drucker besonders hervorstechend finde, ist, dass die Z-Achse sich nur nach oben und unten bewegt. Weil das hier ist das Druckbett und das bewegt sich nur nach oben und unten, nicht nach vorne und hinten, wie bei den meisten anderen 3D-Druckern, die es aktuell so auf dem Markt zu kaufen gibt. Und, naja, es bietet sehr, sehr, sehr viele Vorteile, beziehungsweise einen sehr großen Vorteil. Und zwar lassen sich mit einem Druckbett, was sich nur nach oben und unten bewegt, richtig geile Zeitrafferaufnahmen machen. Deswegen habe ich zu vielen dieser Dinge hier auch eine sehr schöne Zeitrafferaufnahme gemacht. Und da mache ich euch jetzt einen kleinen Zusammenschnitt von. Viel Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe der Zusammenschnitt hat euch gefallen, mir hat er auf jeden Fall gefallen. Ich habe auch auf meinem Zweitkanal zu diversen Einzelmodellen hiervon noch einzelne Videos gemacht. Ich plane auch aktuell noch ein Video hierzu zu machen, wie ich mich selbst gedruckt habe. Beziehungsweise erstmal wie ich mich selbst gescannt habe, dann gedruckt habe, angemalt habe etc. pp. Weil das ist doch nochmal ein ziemlich cooles Projekt, was ich halt auch eben mit diesem 3D-Drucker umgesetzt habe. Und ja, ich kann jetzt gerne mal nach vorne kommen und euch nochmal so ein bisschen näher das Ganze zeigen. Weil, ja, gehen wir mal nach der Reihenfolge durch. Das erste große, was ich hier mit gedruckt habe, das war hier die Eule gewesen. Und ich finde, die sieht einfach hammergeil aus. Also wenn man sich hier das Ganze von der Qualität einfach mal anschaut, hier was man hier wirklich hat einfach. Die Farbe gefällt mir übrigens auch sehr gut. Ist auch Redline-Filament, was ich hier verwendet habe. Ich kann euch... Da oben müsste irgendwo die Spule sein. Ich kann euch sagen, wie die Farbe heißt. Das ist hier dieses Filament gewesen. Und zwar Redline-Filament Bronze Gold heißt das Ganze. Und genau, damit habe ich hier diese riesengroße Eule gedruckt. Ich glaube, die war sogar schon als Testdatei noch auf dem USB-Stick mit dabei. Von Reality Ender 5. Und ich fand es halt nur langweilig, sie so klein zu drucken. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, ich gucke mal, was so von der Größe her geht. Habe jetzt nicht komplett ganz groß gemacht, weil ich mir unschlüssig war, ob das Filament ausreicht. Aber ihr seht, ein bisschen hätte ich jetzt hier noch auf der Spule drauf gehabt. Das heißt, ich hätte es auch noch etwas größer skalieren können. Und an der Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bei Redline-Filament bedanken. Weil ich habe denen gesagt, ich mache jetzt so viele Projekte, wo ich hier eben etwas größere Drucke mache. Und die haben mir dann noch mal ein bisschen Filament zugeschickt. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt hier Werbung für Redline-Filament mache, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich Filament von denen gesponsert bekomme. Sondern dass ich einfach persönlich von der Qualität vom Redline-Filament und wie es sich verarbeiten lässt und von den Farben persönlich überzeugt bin. Weil ich sage euch ganz ehrlich, so wie es ist, ich hätte auch noch andere Angebote von anderen Filamentherstellern gehabt, mit denen ich hätte zusammenarbeiten können. Wollte ich aber nicht. Ich habe mich persönlich für Redline-Filament entschieden, weil es einfach mein persönliches Filament ist, was ich halt am allerliebsten nutze. Zumal mir halt auch so ein bisschen, klar, es ist nur ein kleiner Teil, aber es ist so ein bisschen auf dieser umweltliche Aspekt gefällt. Dass man halt hier eben keine Plastikspulen hat, sondern halt eben so das Ganze aus Pappe halt hat. Und ja, ist dann halt auch einfach zum Entsorgen, wenn die Spule leer ist, einfacher. Finde ich persönlich gut. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Und ja, ihr habt ja eben selber gesehen, die Zeitraffer-Aufnahmen hier von diesen ganzen einzelnen Modellen. Am Anfang habe ich leider noch mit meiner alten Canon 80D ein paar Zeitraffer-Aufnahmen gemacht. Hier zum Beispiel vom guten Einstein. Hatte einen sehr, sehr, sehr großen Nachteil. Irgendwie nach sechs Stunden hat er die Zeitraffer-Aufnahme irgendwie immer unterbrochen. Deswegen habe ich das im Schnitt so ein bisschen quasi umgangen, indem ich quasi immer wieder verschiedene andere Modelle gezeigt habe jetzt eben. Ja, weil tatsächlich durchgängige Zeitraffer habe ich nur vom T800 ab der Base und hier von meinem Modell. Weil leider, ja, bei den ganzen anderen Modellen, die ich so gedruckt habe, ist immer mal wieder zwischendurch quasi das Ganze abgebrochen. Und erst seitdem ich das Ganze hier mit der GoPro gemacht habe, habe ich durchgängige Zeitraffer-Aufnahmen. Aber hier auch, wenn man sich den Einstellen einfach mal anguckt, da sieht man auch mal, was der Creality Ender 5 so von den Details her. Also, ne, hier siehst du wirklich jede Falte, alles drum und dran. Es ist sehr, sehr, sehr detailreich. Also dieser Einstein ist sehr, sehr, sehr gut. Ich verlinke euch natürlich auch die ganzen Modelle unten zu Thingiverse in der Videobeschreibung. Ich denke mal, ich werde sogar das hier in der Videobeschreibung verlinken. Und es würde mich echt mega freuen, also wenn ein paar Leute von euch tatsächlich hier diese Büste von mir selbst ausdrucken und mir dazu ein paar Fotos zuschicken oder mich auf Instagram verlinken würden. Ey, das würde ich so mega feiern. Ich glaube, das würde ich sogar vielleicht in einem anderen Video dann vielleicht sogar nochmal aufgreifen und dann nochmal die Bilder von euch zeigen. Sofern das für euch in Ordnung ist, könnt ihr ja irgendwie dann dazuschreiben. Kann gerne auch gezeigt werden oder so, dann lade ich mir die Bilder direkt runter von euch und würde das dann in einem weiteren Video dann irgendwo mit einbinden. Würde ich auf jeden Fall mega nice finden. Und das hier war einer der ersten größeren Druckobjekte, die ich gemacht habe. Ihr seht, ich habe mir jetzt hier diesen T800 auch einfach meine Kappe aufgesetzt, weil es einfach Originalgröße von einem menschlichen Kopf ist. Ja, es ist meine Kappe, ihr seht, ich habe jetzt hier die gleiche Kappe auf. Das passt einfach eins zu eins hier drauf. Ja, es ist wirklich so, und die Kopfhörer hier auch nochmal drauf. So, die Kappe ist wirklich halt eine ganz normale Kappe. Und ja, das hier, ich weiß, hier unten ist noch Support-Material, das macht man normalerweise ab. Ich wollte es aber dranlassen, mir gefällt das so ganz gut. Und hier habe ich noch einen kleinen Fehler gehabt. Das müsst ihr bei Kura, das wollte ich euch halt auch sagen, weil Kura ist der Slicer meiner Wahl für den Creality Ender 5. Und ihr seht hier vorne, seht ihr vielleicht diese Linie, ja, hier ist quasi einmal so eine Linie hoch. Das ist die sogenannte Z-Naht. Und ich hatte das bei vorher, bei noch keinem anderen 3D-Drucker, dass man diese Z-Naht so extrem gesehen hat hier wie beim Creality Ender 5. Aber ihr müsst mal schauen, in den Einstellungen, es gibt die Möglichkeit bei Kura, die Z-Naht sozusagen auf Random zu setzen. Also, sodass sie nicht quasi immer an einer Stelle gesetzt wird. Also, Z-Naht bedeutet im Grunde genommen da, wenn der quasi eine Ebene fertig hat, dann geht der eine Ebene weiter nach oben und beginnt dann dort auch. So, und in dem Fall, hier bei diesem Druck, war das immer hier vorne gewesen. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn das genau vorne im Gesicht von so einem Modell ist. Ich sag mal, jetzt hier hinten wäre es jetzt nicht so schlimm gewesen, aber ihr seht, hier hinten ist halt eben gar keine Z-Naht vorhanden. Ähm, aber, ja. Und wenn ihr das auf Random setzt, dann wird das quasi immer irgendwo gemacht und dadurch fällt diese Z-Naht praktisch einfach überhaupt nicht auf. Ähm, ich glaube hier, genau, hier hatte ich sie auf Random und hier sieht man dann, das hat man ja eben schon gesehen, hier sieht man einfach diese Z-Naht nicht. Ja, weil es hier keine Z-Naht gibt, weil sie halt immer irgendwo sozusagen, äh, äh, random, an irgendeinem Random-Punkt dann einen, 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 äh, Strich weiter nach oben gegangen ist. Und, ähm, ne, deswegen sieht man das hier nicht. Ähm, genau. Und ein weiteres Problem bei diesem Druck, also wie gesagt, das kann man eben durch die Verschiebung der Z-Naht, ähm, machen. Ein weiteres Problem war, das sieht man, glaube ich, hier unten auch in der Schrift, so ein ganz kleines bisschen. Ich hatte am Anfang so ein bisschen, äh, Probleme mit der, ähm, mit der Temperatur und, äh, hier oben hatte ich sogar Under-Extrusion. Deswegen sieht es so aus, als hätte der, der T-800 hier so ein kleines Stirnband einmal drumherum. Seht ihr das? Das ist quasi hier einmal so eine, so eine, so eine Linie, einmal rundherum. Das liegt daran, dass er hier, ähm, dass, dass die Nozzle so ein bisschen verstopft gewesen ist. Ähm, weil, also ich kann es nicht, noch nicht mal so richtig erklären, weil die Drucktemperatur war eigentlich genau, äh, äh, für das Filament richtig eingestellt. Problematisch war nur, dass, ähm, er hier irgendwie, die Nozzle war aus irgendeinem Grund ein bisschen verstopft. Da, da kam zu wenig Filament raus. Ähm, Gott sei Dank war ich, aber das war nicht über Nacht, sondern das war tagsüber, als ich hier halt am Arbeiten war und der Drucker hat halt hier die ganze Zeit gedruckt. Und mir ist das dann halt aufgefallen und ich habe dann einfach, und deswegen, das ist noch ein sehr, sehr, sehr großer Pluspunkt am Creality Ender 5, denn man hat hier am Display, habe ich übrigens auch so eine, so eine kleine Schutzabdeckung noch drum gemacht, man hat hier am Display mit dieser, äh, mit diesem Drehrädchen und so, kann man während dem Druck die Druckparameter ändern. Das heißt, ich kann die Temperatur der Nozzle hier während des Drucks einfach mal nach oben setzen. Und ich habe sie, glaube ich, dann hier, ähm, bei diesem Punkt dann einfach mal irgendwie auf 235 Grad oder so gestellt. Ey, das ist natürlich für PLA viel zu heiß eigentlich. Eigentlich, eigentlich, aber wie man sieht, hier oben drüber ist wieder top, top gedruckt in der Top-Qualität, also genauso wie hier unten so gut eben wieder. Und, ähm, ja, das, äh, das, das kann halt wohl mal passieren, aber wie gesagt, ihr könnt das ja einfach während des Drucks hier einstellen und dann habt ihr einfach dieses Problem nicht. Und, ähm, ja, der Druck wurde dann dadurch gerettet, weil ansonsten wäre es dann hier irgendwann ziemlich scheiße geworden. Aber dadurch, dass ich die Temperatur erhöht habe, ist die Nozzle natürlich auch wieder frei geworden und der Druck am Ende dann doch noch geglückt. Ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall so hier auch als Veranschaulichungsobjekt behalten. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht anmalen oder so, deswegen habe ich es extra auch in Silber gedruckt, ähm, weil das dann halt so vom, vom, vom Ding her auf jeden Fall passend ist. Klar, hier sind ein paar Fehler halt eben drin, ähm, aber dadurch, dass ich ja auch, das habt ihr vielleicht auf meinem Kanal auch schon öfter gesehen, ähm, hin und wieder 3D-Drucker auch an Schulen spende oder hier auch bei uns, äh, in der Gemeinde, weil es ist halt eher so, so eine ländliche Region, wo ich hier wohne, spende ich halt auch hin und wieder mal einen 3D-Drucker, damit halt eben die Kids hier aus der Umgebung den Umgang mit dieser neuen Technologie, was heißt neu, aber halt eben mit dieser Technologie lernen, weil sonst, naja, vom Staat oder so wird sowas ja leider nicht so ganz gefördert und das finde ich relativ schade und ich finde, das ist eigentlich so eine wichtige Technologie, womit viele diesen Umgang einfach lernen sollten und vor allen Dingen, ähm, jedes Mal wieder erstaunt es mich, dass wenn dann die Eltern die Kinder zu solch einem Kurs vorbeibringen, äh, wir haben ja hier zum Beispiel in den Ferienspielen so, so einen 3D-Druckerkurs gemacht, ähm, seht ihr vielleicht auch in meinem Intro, schaut euch mal in meinen Kanal-Trailer 2020, könnt ihr euch ja mal angucken, ähm, geht nur 3 Minuten, also wenn ihr die Zeit dazu habt, äh, schaut euch den einfach mal gerne an auf YouTube, ähm, da seht ihr auch so eine kleine Sequenz aus solch einem Ferienkurs mit Kids halt eben und, äh, es erstaunt mich jedes Mal wieder, wenn du dann den Eltern erzählst, ja, so ein 3D-Drucker kostet, keine Ahnung, gibt's schon ab 150 Euro, dann gibt's auch, äh, welche, äh, mit ein paar mehr Features, die dann vielleicht so um die 300 Euro kosten, vielleicht maximal so wirklich ein guter 3D-Drucker kostet maximal 400 Euro einfach, so das ist meine persönliche Meinung, ihr könnt gerne eine andere Meinung vertreten, aber ich finde, richtig gute 3D-Drucker gibt's eigentlich so ab 200 Euro, beziehungsweise ab 150 Euro sind auch schon, also wenn ich mir den Alpha Vice, äh, U30 zum Beispiel so in den Hinterkopf hole, der ist zum Beispiel auch ein relativ guter 3D-Drucker, zum, zum Beginn einfach, der, wüsste ich jetzt nicht, was der jetzt nicht hat, ähm, klar, hier ist ein Zeitrafferaufnahme, wesentlich cooler mit möglich, man könnte ja, also ohne jetzt weitere, ähm, Technik dazukaufen zu müssen, wie zum Beispiel ein Raspberry Pi, wo man dann Octobrine drauf macht, das wäre natürlich auch noch ein Ding der Möglichkeit, damit dann quasi immer an einem bestimmten Punkt des Heizbettes halt eben ein Shot gemacht wird, aber ich schweife gerade schon wieder so ein bisschen ab, wie gesagt, ich finde es relativ krass, äh, wenn die Eltern dann darauf reagieren, wie, was, ich dachte immer, so ein 3D-Drucker kostet paar tausend Euro, wie, den gibt's schon ein paar, paar hundert Euro, also die sind dann total perplex und, ähm, dadurch sind tatsächlich jetzt auch mehr, ähm, äh, Kinder hier in der Region, die mittlerweile 3D-Drucker zu Hause haben und die einfach damit auch sinnvolle Objekte, weil ich sag mal, ja klar, ähm, hier so, so eine Figur zu drucken, das ist ein schön, eine schöne Übung oder auch hier auch schön für das Video jetzt hier euch zu zeigen, aber, ähm, wenn jetzt da draußen Eltern gerade zugucken und ihr dieses Video hier nutzt, um euren Eltern zu zeigen, warum ihr gerne einen 3D-Drucker, äh, haben wollen würdet, dann wäre sowas hier natürlich, äh, eher, wo man dann sagt, naja, ist ja schön und gut, kannst ein paar Figuren drucken, was hast du denn davon, mein Kind, ja, was bringt denn das überhaupt? Das ist natürlich nicht sonderlich viel, aber wenn es jetzt darum geht, ähm, kreative Projekte auszuleben oder zum Beispiel, ähm, einfach mal ein, 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 etwas zu schaffen, was so vorher noch nicht existiert hat, zum Beispiel hier so einen, ähm, Organizer für den, für den, für den Desktop zum Beispiel, hier, wo ein paar USB-Sticks rein können, große SD-Karten, Mikro-SD-Karten, ja, das wäre jetzt ein Beispiel von vielen, man kann auch einen Stiftehalter drucken, man kann, ähm, ja, verschiedene, wenn man zum Beispiel ein ganz, wenn man, wenn man selber Technik kauft, irgendwie so einen, so einen Motor, dann irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen Peer-Sensor, also so einen Bewegungsmelder und verschiedene andere, ähm, Sensoren und, und, und Aktoren und man möchte irgendwas selber bauen, einen kleinen Roboter oder, oder, selbst ein ferngesteuertes Auto oder selbst eine Drohne oder irgendwas bauen, um einfach nur die, das Verständnis für diese Technologie zu bekommen, dann ist ein 3D-Drucker einfach unabdinglich, weil du kannst dann einfach selber in der 3D-Software, kostenfrei der 3D-Software im Übrigen, selbst etwas erschaffen, was du dann, beziehungsweise selbst etwas kreieren, was du dann mit dem 3D-Drucker selbst erschaffen kannst, selbst ausdrucken kannst, selbst dann das Ganze hinterher in der Hand halten kannst und kannst sagen, das habe ich selbst gemacht, ja, ähm, ich sag mal, diese zwei Beispiele hier sind dafür, sag ich mal, ein schlechtes Beispiel, weil das ist einfach bei Thingiverse runtergeladen, ausgedruckt und dann, jo, cool, habe ich jetzt selbst gemacht, aber das hier zum Beispiel, ja, wie gesagt, zu diesem Projekt wird es noch ein komplett eigenes Video geben, das hier ist etwas, was ich selbst erschaffen habe, das bin einfach ich, das bin ich, ja, äh, ich denke mal, das sieht man auch gleich, ich bin nicht so gut im Augenmalen, deswegen sind die jetzt hier noch weiß, ähm, und ich bin auch nicht so gut im Bemalen, also, ne, lünscht mich jetzt nicht, weil das nicht perfekt bemalt ist oder so, ähm, es sind einfach nur Revell-Farben, mit denen ich das Ganze quasi, äh, hier bemalt habe, auch, ich habe versucht, auch auf Details zu achten, wie jetzt hier zum Beispiel, dass die Goldkette so ein bisschen, äh, separat nochmal ist, dann hier bei den Lippen, ähm, ne, ihr seht, die sind so leicht rot und man erkennt auch so leicht die Zähne, weil ich halt so leicht gegrinst habe, äh, als dieses 3D-Modell quasi von mir gemacht wurde und so, ähm, ja, und dann habe ich das Ganze hier auf so eine Büste noch draufgesetzt, wo ich dann hier schon mal Media HD einfach noch draufgepackt habe und, äh, habe das Ganze dann hinterher einmal, ähm, gespraypaintet, also, dass ich so eine Grundfarbe schon mal drauf hatte und dann halt eben mit Revell-Farben mit dem Pinsel dann noch angemalt und hier dann einfach hier mit ein bisschen Küchenrolle den Bart so aufgetupft und, ähm, ja, dann war das im Grunde genommen fertig. Ähm, aber das ist zum Beispiel, ähm, so ein Ding, das, das habe ich einfach nur mit 100 Fotos von mir, also ich habe quasi, ähm, die Nachbarin mal mit der, ähm, Kamera um mich rumlaufen lassen, ich habe dann quasi mich da hingesetzt auf dem Stuhl, versucht, meine Mimik einzufrieren, also du darfst dich dabei keinen Millimeter bewegen am besten und dann, äh, ist die einfach dreimal um mich rumgelaufen, beziehungsweise viermal, ähm, einmal quasi so schräg von unten, einmal von gerade, einmal schräg von oben und einmal noch etwas näher ums Gesicht rum, nochmal für mehr Details einfach und aus diesen 100 Bildern, beziehungsweise es sind mehr als 100 Bilder entstanden, aber ich habe quasi insgesamt nur jedes dritte Bild oder so oder jedes vierte Bild genommen, um insgesamt 100 Bilder zu haben, aus diesen Bildern habe ich dann, ähm, dieses 3D-Modell gemacht und, ähm, das Ganze dann ausgedruckt, bemalt und dann, ne, das ist etwas, was man selbst erschaffen hat. So, ähm, es soll aber ja heute viel mehr eigentlich um den Ender 5 gehen, aber, ne, ihr merkt schon, um einen 3D-Drucker, um einen 3D-Drucker-Review richtig gut machen zu können, muss man halt auch so ein bisschen über die Projekte sprechen, die man damit umgesetzt hat, weil, ähm, ja, damit steht und fällt im Grunde genommen alles, denn wenn, wenn der 3D-Drucker schlecht ist oder wenn der 3D-Drucker nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, dann funktionieren die Projekte am Ende auch nicht so, wie man sich das wünscht und ich kann euch nur sagen, alle Projekte, die ich geplant habe mit dem Creality Ender 5, die sind genau einfach butterweich durchgelaufen. Es hat einfach alles gut geklappt. Das Einzige, was halt nicht gut geklappt hat, sind die Zeitraffer-Aufnahmen am Anfang, das lag aber eher an der Kamera. Ähm, inzwischen filme ich ja hier auch mit einer Sony Alpha 7 III in Verbindung mit einem Ninja Atomos V, äh, was ihr natürlich an diesem Qualitätsunterschied auf jeden Fall merken könnt. Und, ähm, ja, hier, der T800 kriegt jetzt erstmal wieder die Schimmer-Media-Kappe auf und die Kopfhörer. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich bin, äh, heil auf froh. Ich habe noch ein paar Verbesserungen hier vorgenommen. Und zwar habe ich hier zum Beispiel beim, beim Ender 5, weil am Anfang, wenn ihr am Display so ein bisschen rummacht, ja, dann passiert ganz oft, dass man hier hergeht und, ähm, hier das einfach so packt und dann hier irgendwie so was rummacht. Man hat ein bisschen schwitzige Hände, hinten kommt man an das Board dran und plötzlich macht man irgendwelche Einstellungen, irgendwelche Touch, irgendwelche, also irgendwelche Auswahlsachen, die man gar nicht auswählen möchte. Das liegt ganz einfach daran, dass, äh, durch die schwitzigen Hände hinten verschiedene Kontakte, ähm, miteinander kurzgeschlossen werden und, ähm, das System oder das Menü dann quasi erkennt, ah, okay, du willst jetzt das und das von mir, was gar nicht der Fall ist. Ähm, um das zu vermeiden, kann man hier einfach so eine, ähm, ja, so eine, so eine Abdeckung hier sich ausdrucken, ähm, verlinke ich euch auch unten zu Slinge Thingiverse. Das kann man dann einfach hier so, ähm, so drüber setzen, ne, warte, so, so und dann, zack, macht man das hier so fest und dann kann hier nichts mehr passieren. Genauso wie hier oben habe ich, äh, auch eine kleine Verbesserung gemacht, ähm, und zwar, was heißt eine Verbesserung? Ich habe einfach nur hier im Grunde genommen für die, für diese Schienen, für diese Profile gibt es extra hier dann eben so eine GoPro Halterung, ähm, das schraubt man dann hier einfach fest mit, man muss sich dann halt noch so, so, ähm, Nutsteine kaufen und, ähm, ja, dann habe ich dann hier die GoPro dran gemacht und hier noch so eine Handyhalterung. Die Handyhalterung habe ich einfach nur dafür dran gemacht, da habe ich dann quasi einfach immer ein Zweithandy reingestellt, ähm, was dann hier im internen Netzwerk den 3D-Druck gestreamt hat, so dass ich dann halt einfach, ähm, oben mit dem Handy auf dem Browser dann zugreifen konnte, ähm, oder auf diesen Stream zugreifen konnte, um einfach zu sehen, wo ist denn der 3D-Druck gerade, was macht der gerade, äh, was sieht man gerade? Ich habe ja auch auf Twitch, ähm, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, ähm, den Live-Status von diesem 3D-Druck, ich glaube, das war damals hier von, von diesem Druck, habe ich sogar live übertragen komplett, ähm, am Anfang mit dem Handy, später dann über die Webcam, die ich dann hier angeschlossen hatte, aber, ähm, das war halt einfach nur dafür gut, äh, um selber zu sehen, okay, ist noch alles in Ordnung mit dem Druck, ja, wenn ich zum Beispiel nachts geschlafen habe, bin mal wach geworden, um aufs Klo zu gehen, musste ich nicht hier runtergehen, sondern ich konnte einfach kurz im Handy prüfen, ob noch alles in Ordnung ist, oder auch wenn ich unterwegs gewesen bin oder so, ja, ähm, genau, so viel dazu. Dazu kann man aber auch einfach Octoprint einrichten, hätte genauso gut funktioniert, deswegen ist das hier oben, äh, nicht unbedingt etwas, was man benötigt. Das hier mit der GoPro, das würde ich euch schon wirklich empfehlen, das hier ist übrigens, äh, die GoPro Hero 3, ja, Black Edition, das Ding ist Jahre alt und die Zeitrafferaufnahmen, die ihr gesehen habt, jetzt eben, also, ich denke mal, man erkennt den Unterschied zwischen GoPro und nicht GoPro, ähm, aber das mit der, mit der GoPro, was hier aufgezeichnet wurde, ähm, ja, dieses mit der so weitwinkelmäßig halt eben war, ähm, das ist mit einer ganz alten GoPro aufgenommen und ich finde, die Qualität ist immer noch wirklich sehr, sehr, sehr gut, vielleicht, äh, mal schauen, werde ich irgendwann hergehen und mir eine etwas neuere GoPro holen, aber ich bin auch davon mega überzeugt, das heißt, selbst wenn ihr noch irgendwo eine alte GoPro rumfliegen habt oder ihr auf Ebay günstig so eine hier schießen könnt, dann holt euch die, weil auch damit könnt ihr sehr, sehr schöne Zeitrafferaufnahmen machen, ähm, was, denke ich mal, nochmal diese, diese Qualität einfach von diesem 3D-Drucker nochmal mehr hervorhebt, weil wenn ihr selbst so einen 3D-Drucker zu Hause habt oder eure Eltern schenken euch so einen zu Weihnachten zum Beispiel oder zum Geburtstag und ihr vielleicht noch irgendwo eine alte GoPro oder vielleicht bei einem Kumpel euch das Ganze mal ausleihen könnt, macht sowas, also druckt euch erst hier so eine Halterung, packt die GoPro dran und dann macht ihr vielleicht auch einen etwas größeren Druck oder ihr macht vielleicht dann auch hier sowas hier nach, weil, Alter, wenn euch eure Eltern sowas zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken und ihr lasst euch von einem Kumpel scannen, ja, mit ein paar Fotos und druckt euch selbst aus und schenkt sowas euren Eltern, keine Ahnung, zum Muttertag oder sonst irgendwas, ähm, oder auch zu deren Geburtstag, die sagen auf jeden Fall, das war das richtige Geschenk für unser Kind. Da bin ich mir 100% sicher und, äh, vor allen Dingen, wenn ihr dann noch so eine Zeitrafferaufnahme davon macht und sagt, hier, guck, ich hab das auch hier aufgenommen, wie das mit dem 3D-Drucker entstanden ist, dann, dann fallen eure Eltern komplett aus den Socken, dann fällt ihnen die Kinder da runter, die sagen einfach nur geil, ja, und dann kriegt ihr vielleicht auch in Zukunft, wenn ihr euch eher was wünscht, dann wird schon eher mal überlegt, ja, okay, der 3D-Drucker, das war schon gut, aber jetzt hat er gesagt, er will auch eine CNC-Laserschnittmaschine oder was weiß ich, oder einen Resin-3D-Drucker, klar, ist mit Kids ein bisschen, äh, schwierig mit Resin-3D-Druckern, aber, ne, eure Eltern werden dann euch, denke ich mal, eher solche Technik dann in Zukunft kaufen, wenn ihr sowas Cooles damit anstellt, wie, ähm, keine Ahnung, wie wenn ihr damit nur Quatsch macht und irgendwelche Fortnite-Waffenausdruck zum Beispiel. Ähm, des Weiteren habe ich dort an der Stelle, wo dieser 3D-Drucker steht und auch feststehen bleiben soll, ähm, ich mache euch davon jetzt einfach mal so ein paar kleine Aufnahmen, das ist nämlich hier an der Seite, ähm, sieht jetzt nicht so ultra sexy und ultra top aus, aber für mich reicht es, weil mir ging es einfach nur darum, dass während der Zeitrafferaufnahme das Ganze ausreichend beleuchtet ist. Deswegen habe ich hier einfach oben über dem 3D-Drucker, äh, so ein paar LED-Stripes immer mal wieder so in Schlängellinien links-rechts, 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 ähm, hingemacht, ähm, ich habe euch davon, wie gesagt, ich blende euch davon jetzt gerade so ein paar Aufnahmen einfach mal ein und, ähm, das auch mit, äh, auf Thingiverse habe ich mir dann so, so Halterungen ausgedruckt für diese LED-Stripes, damit ich die dann halt eben oben festschrauben konnte und, ähm, ja, das beleuchtet das Ganze einfach nur gleichmäßig von oben, damit halt während dem Druck, äh, während der Zeitrafferaufnahme das Ganze halt immer gleichmäßig beleuchtet ist und auch relativ gut aussieht, wie ich finde. Ja, so, dann gehen wir mal wieder nach da hinten. Ähm, ich denke mal, ich habe euch jetzt so einiges, ähm, gesagt über diesen 3D-Drucker. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr davon überzeugt und wie gesagt, hier auch nochmal fettes Dankeschön an Redline Filament. Ich habe jetzt hier sogar noch ein paar verpackte, äh, Filamentpackungen und hier sogar noch eine ganz große 2,3 Kilogramm Filamentspule von Redline Filament. Ähm, und das aus folgendem Grund, denn ich habe in Zukunft vor, öfter solche, ja, XXL-3D-Drucke zu machen und, ähm, abonniert auch gerne mal meinen Zweitkanal Schimmermedia Raw, also quasi wie dieser YouTube-Kanal Schimmermedia HD, nur anstatt dem HD am Ende ein R-A-W, also Raw, äh, Row auf Englisch, ne? Ähm, denn dort werde ich dann, wenn ich diese XXL-3D-Drucke quasi mache, die werde ich dann natürlich auch immer mit einer Zeitrafferaufnahme begleiten, immer schön mit ein bisschen Musik hinterlegen und diese Zeitrafferaufnahmen, die werde ich auf dem Zweitkanal dann hochladen. Dort habe ich auch hier bereits, äh, die Zeitrafferaufnahme vom T-800 online und auch hier von diesem Projekt online, äh, wie gesagt, hier von, von der Eule und von dem Einstein ist das Ganze leider, ähm, ja, keine vollständige Zeitrafferaufnahme, deswegen gibt es dazu, äh, aktuell kein Video, vielleicht hole ich das irgendwann nochmal nach. Ähm, ich habe auf jeden Fall von Redline Filament jetzt hier eine ganze Menge Filament am Start, um richtig krasse XXL-3D-Drucke umsetzen zu können. Ähm, genau. Ich verlinke euch einfach mal unten in der Videobeschreibung einmal den Creality Ender 5 als 3D-Drucker, den ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann, ähm, mit dem ihr coole, coolen Stuff machen könnt, mit dem ihr eure Projekte umsetzen könnt, mit dem ihr sehr tolle Zeitrafferaufnahmen machen könnt. Ich verlinke euch natürlich auch direkt darunter das Redline Filament, weil ich einfach persönlich davon überzeugt bin und weil ich einfach der Meinung bin, Druckqualität, ähm, ist auch ein bisschen abhängig natürlich vom Filament und wenn ihr natürlich blödes Billigfilament habt, dann kann es unter Umständen sein, dass euer 3D-Druck nicht so schön aussieht von den Ergebnissen her, wie wenn ihr das Ganze hier mit diesem Filament macht. Und ihr habt hier auch noch, ähm, natürlich den Vorteil, was bei vielen anderen Filamenten auch so ist, aber ihr habt hier auch zum Beispiel den Vorteil, dass die, ähm, Temperatur, die empfohlene Drucktemperatur auch auf den Spulen direkt draufsteht, zum Beispiel, sehr gut ersichtlich und, ähm, dann könnt ihr euch so ein bisschen danach richten. Es ist immer so ein bisschen auch noch abhängig von welchem 3D-Drucker ihr verwendet, ähm, deswegen müsst ihr vielleicht einfach mal selber ein paar kleine Testdrucks machen, also nicht den ersten Druck direkt hier so ein XXL-Druck machen, sondern erstmal ein paar kleine, ähm, Testdrucke machen, um die Temperatur so ein bisschen einzupendeln und dann, ja, könnt ihr go bigger, ja? Dann könnt ihr größer, größer machen dann später. Und, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr viele schöne, positive Erfahrungen mit diesem 3D-Drucker hier machen können. Wichtig ist natürlich, dass das Ganze hier gut gelevelt ist, also, ähm, ähm, man muss quasi hier einmal schauen, links, rechts, vorne, hinten, dass man das Ganze dann gut levelt hier mit dem, äh, mit dem, also auf die, auf die Nossel bezogen, dass wirklich die, die Nossel, wenn sie an alle vier Punkte hier fährt, ähm, gleichmäßigen Abstand hat. Wichtig dafür wäre noch zu erwähnen, hier hinten hat man so eine kleine Schraube. Die war bei mir am Anfang, ich glaube, sie war falsch montiert, weil, ähm, der Endstopp hier oben, ja, hier ist so ein kleiner Endstopp hier hinten, weiß nicht, kann man das sehen hier, wo ich jetzt hier mit dem Finger dran klicke, ähm, der Endstopp, der war zu weit unten. Also, es war quasi so, dass hinten ich quasi das Druckbett zwar gut leveln konnte, aber vorne war viel zu viel Abstand und das lag einfach daran, ähm, dass der, ähm, ja, dass der Endstopp hier einfach nicht richtig eingestellt war. Ich habe das dann, ähm, ummontiert, habe quasi die Schraube so nach unten gesetzt. Ich, ich, ich blende euch einfach mal ein Foto ein, wie ich das jetzt hier dran gebaut habe. Ähm, da werden viele vielleicht sagen, es ist jetzt falsch, aber so wie ich es jetzt angebaut habe, passt es für mich, ja. Ähm, das muss nicht sein, dass es bei euch auch so ist, es kann sein, dass es bei euch direkt richtig montiert ist. Ähm, aber vorher war es, wie gesagt, so, dass eine Schraube, ähm, also, das sind ja so zwei, äh, Schraubverschlüsse, sag ich mal, und davon war ein Schraubverschluss oben drüber, normalerweise. Ich habe jetzt beide unten drunter gemacht und das halt so gegengekontert, dass es halt eben, ähm, funktioniert, so. Ähm, und das ist halt auch noch vielleicht so eine wichtige Lehre beim 3D-Druck. Manchmal muss man einfach Dinge, die nicht passend sind, irgendwie passend machen, ja. Man muss selber seinen Grips ein bisschen einschalten, selber irgendwie ein bisschen rumprobieren, Versuch starten, vielleicht auch mal lernen, dass nicht alles immer sofort funktioniert. Ähm, das ist einfach 3D-Druck. Also, 3D-Druck ist nicht, ähm, und es gibt natürlich auch 3D-Drucker für tausende von Euros. Und ich sage euch auch, da ist es nicht einfach, äh, Plug and Play. Also, klar, das versprechen viele Firmen, dass es Plug and Play ist, aber so richtig Plug and Play ist es eigentlich nie. Weil du immer verschiedene Sachen anpassen musst, sei es Temperatur, ähm, und, und auch, wenn ihr Filament von ein und derselben Marke verwendet, dann kann es auch Unterschiede geben bei verschiedenen, äh, Farben sogar. Also, auch wenn beides PLA ist, kann es sein, dass ihr das rote PLA komplett anders druckt als silbernes PLA oder, oder, oder blaues oder sonst was. Also, es kann selbst da Unterschiede geben. Deswegen immer mal ein bisschen rumprobieren, vielleicht eigene, eigene Tabellen machen. Wenn ihr vielleicht zwei, drei verschiedene 3D-Drucker da habt, dann macht euch vielleicht eine eigene Tabelle, wo ihr dann sagt, okay, für diesen 3D-Drucker mit, in Verbindung mit diesem Filament haben für mich diese Einstellungen super funktioniert. Und schreibt euch das selbst auf, ja, ähm, weil, wer schreibt, der bleibt, ja. Ich weiß, es ist ein blöder Spruch von, von, von Lehrern, den man nicht so gern gehört hat, aber es stimmt irgendwo doch ein Stückchen. Ähm, genau, das, äh, wollte ich euch noch dazu sagen. Deswegen da einfach immer schauen, einfach mal selber mal ein bisschen rumprobieren, wenn irgendwas nicht so funktioniert. Es gibt aber immer einen Weg zur Lösung. Es ist nie irgendwie, dass man sagt, ah, das geht jetzt nicht. Ähm, geht nicht, gibt's nicht. Es gibt immer eine Lösung. Man muss nur suchen, wo man sie findet. Und wenn man vielleicht nicht selber draufkommt, dann lade ich euch herzlich dazu ein. Schaut mal unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch das Community-Forum, verlinkt hier von diesem YouTube-Kanal. Einfach schimmer-media.de. Ist ein Forum, wo aktuell über 5000 Leute sich zu verschiedensten Themen rund um die Technikwelt austauschen. Hauptsächlich im Bereich Smart Home. 3D-Druck ist mittlerweile auch ein ziemlich großes Thema auf diesem, äh, in diesem Forum. Und, ähm, ja, auch weitere Themen, wie zum Beispiel Elektromobilität oder auch günstige Angebote generell, ähm, zu verschiedenen Online-Shops ist, dort auch, gibt's auch eine Rubrik. Oder auch 3D-Drucker-Helfer. Ähm, das bedeutet, äh, angenommen, ihr selbst habt jetzt keinen 3D-Drucker, äh, wollt aber gerne irgendwas aus dem 3D-Drucker haben, dann könnt ihr dort auch einfach sagen, hier, ich hätte gerne diese, dieses 3D-Modell, ähm, kann mir das jemand, äh, für eine gewisse Summe X, ähm, ausdrucken, mit gegen Porto oder sowas zukommen lassen. Ähm, auch das gibt es dort, ähm, deswegen schaut einfach gerne mal ins Forum vorbei, schimmer-media.de. Und, ähm, ja, da kriegt ihr auf jeden Fall Hilfe, ähm, und da würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen, wenn ihr natürlich dort auch Teil der Community werdet. Ja, was gibt's eigentlich sonst noch zu sagen? Eigentlich, äh, war's das eigentlich dann auch schon. Ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich euch jetzt sonst noch über diesen 3D-Drucker sagen könnte. Ähm, wie gesagt, äh, erster Link in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Deal Heroes. Das ist übrigens meine private, also meine persönliche Webseite. Die habe ich extra dafür geschaffen, um zum, zum Beispiel zu solchen technischen Geräten, ähm, einen Preisvergleich zu schaffen. Es gibt natürlich online viele Preisvergleiche, aber, ähm, es gibt, und das habe ich als Lücke einfach gesehen, ich habe noch keine Community-Preisvergleich-Webseite gesehen und das wollte ich mit Deal Heroes einfach machen, in Verbindung mit meinem YouTube-Kanal, ähm, und natürlich nicht ganz uneigennützig, sage ich euch genauso, wie es ist. Transparenz ist mir wichtig, ähm, das ist, das sind natürlich alles Affiliate-Links, ähm, auf dieser, auf dieser Webseite. Ähm, aber von denen ihr letzten Endes profitiert und ich genauso, und ihr könnt mich somit kostenfrei unterstützen, denn, ähm, ich habe diesen 3D-Drucker auf Deal Heroes verlinkt. Entsprechenderweise komplett passend auch hier mit diesem Review. Das heißt, wenn ihr auf diese Webseite geht, wenn ihr auf den ersten Link da drauf geht, dann seht ihr einmal die Produktbilder zu diesem Gerät, ihr seht nochmal so ein bisschen ein kleines Datenblatt, so ein bisschen technische Details könnt ihr euch durchlesen, könnt verschiedene Bilder euch angucken, und ihr könnt natürlich rechts oben, seht ihr immer den aktuell günstigsten Preis, wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr zu der Webseite, wo ihr das zu diesem Preis kaufen könnt. Ähm, der 3D-Drucker wurde mir von Banggood, äh, zur Verfügung gestellt, das kann ich euch ganz klar hier an dieser Stelle sagen, ähm, und, äh, deswegen steht auch da unten die ganze Zeit Dauerwerbesendung, also ich sage aber trotzdem frei meine Meinung hier drüber, mir hat niemand gesagt, du musst dir das ja bei so und so sagen, habe ich nicht, es ist frei meine Meinung, was ich hier euch sage, ähm, nur, weil ich es halt eben zur Verfügung gestellt bekommen habe, steht da unten die ganze Zeit Dauerwerbesendung. Ähm, und aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt dieser Videoaufnahme, hat Banggood den aktuell günstigsten Preis, und das, soweit ich weiß oder gesehen habe, sogar aus dem EU-Lager, das heißt, das Ding ist sogar relativ fix bei euch, ähm, genau, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Vorteil, aber solltet ihr jetzt irgendwo im Internet, auf Gearbest, auf AliExpress, auf Ebay, Amazon, scheißegal wo, einen besseren Preis zu diesem 3D-Drucker finden, dann habt ihr auf Deal Heroes im Kontaktformular die Möglichkeit einfach da drauf zu klicken, schickt mir dann den Link zu, ich gucke immer natürlich, ob das eine seriöse Webseite ist, also sowas wie hier, wie gesagt, Gearbest, äh, Amazon, AliExpress, bei AliExpress gucke ich dann nochmal genau, ob es seriös ist, weil bei AliExpress gibt es auch manchmal Angebote, wo ich persönlich nicht so der Fan von bin, ja, ich, ich prüfe das halt immer so ein bisschen, weil ich nicht möchte, dass irgendeiner da draußen, ähm, irgendwie viel Geld für etwas bezahlt und am Ende nichts bekommt oder, ja, Probleme halt irgendwie hat, ähm, und, äh, dass manches vielleicht auch manchmal beim Zoll landet, etc., pp., ist bei AliExpress relativ häufig, äh, vorgekommen in der Vergangenheit, es gibt aber immer mehr, äh, Verkäufer bei AliExpress, die auch aus EU-Warenhäuser verkaufen und deswegen, ähm, wird es immer besser bei AliExpress, das muss ich auch ganz klar an der Stelle sagen, aber wie gesagt, ich überprüfe das, aber sowas wie, äh, Banggood, Gearbest, AliExpress, ähm, Ebay, Amazon, ähm, Geekbuying, Tomtop, äh, ja, also das sind eigentlich so relativ seriöse Seiten, ich würde die jetzt nicht alle, äh, auf das gleiche Level setzen, ja, aber, ähm, irgendwo da bewegen die sich doch schon, wo ich sage, das sind Seiten, da habe ich selber schon mal was gekauft und ich wurde, ich bin nicht aufs Maul geflogen damit, ja, ähm, genau, aber wie gesagt, immer der aktuell beste Preis, wenn ihr mir dann das zuschickt und ich sage, jo, das passt und dann packe ich das natürlich drauf, so dass dann jeder in der Community von diesem besten Preis, ähm, profitieren kann und dadurch, dass es ein Affiliate-Link ist, bekomme ich, das heißt, wenn ihr dann da draufklickt, bekomme ich dann halt auch dann eine kleine Provision, die aber nicht ihr zahlen müsst, sondern der jeweilige Shop sagt dann sozusagen, okay, du kriegst jetzt hier von unserem Gewinn so und so viel halt eben ab, äh, weil du uns diesen, ähm, diesen Verkauf sozusagen generiert hast. Ähm, Transparenz, wie gesagt, ist wichtig, deswegen sage ich euch das an dieser Stelle, aber mir ist es auch egal, in welchem Shop ihr das kauft, das heißt, angenommen, Banggood hat aktuell den besseren Preis, aber ihr sagt, ah, es ist irgendeine China-Seite, ich will da gar nicht bestellen, ich hab da Zahnschmerzen mit, dann scrollt einfach weiter nach unten, dort findet ihr auch dieses Video hier, ne, weil mir ist es auch wichtig, dass immer die Reviews zu dem entsprechenden Produkt direkt auf DealHeroes verlinkt sind, das heißt, ihr könnt auch auf DealHeroes euch selber zu verschiedenen Produkten informieren und dort einfach direkt auch das entsprechende Review dazu sehen, wenn ich, sofern ich schon eins dazu gemacht habe, ähm, genau, und dann, äh, seht ihr unten drunter auch immer den Preisvergleich, das heißt, ihr seht dort Amazon, Ebay, Banggood, AliExpress, äh, was weiß ich, ja, und könnt dann zum Beispiel, wenn ihr das lieber bei Amazon kaufen wollt, und es, keine Ahnung, 10, 20, 30 Euro dort mehr kostet, einfach klickt ihr dann da drauf und könnt mich somit dann trotzdem unterstützen, weil ihr das Ganze dann auf Amazon gekauft habt, aber trotzdem über einen meiner Affiliate-Links, ja. Ähm, so, wie gesagt, erster Link geht hierzu zu DealHeroes, zweiter Link natürlich zum Redline-Filament, weil das einfach Filament ist, was ich euch persönlich empfehle, und den dritten Link packe ich euch einfach nochmal den Alpha-Weiß U30 3D-Drucker rein, der ist etwas günstiger, ähm, aber vielleicht, äh, ist es auch was für euch, weil, ähm, wenn ihr sagt, jetzt, okay, ja, hier, dieser mit 300 Euro, ist mir doch vielleicht, äh, von Anfang ein bisschen zu teuer, außerdem, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, ich würde gerne erstmal so ein bisschen rumprobieren, und, äh, bisschen weniger Geld ausgeben, dann seid ihr mit 150 Euro, also ungefähr der Hälfte, ähm, ja, wie gesagt, möchte ich euch einfach noch einen, einen günstigeren 3D-Drucker unten verlinken, dort habe ich auch schon mehrere Videos zugemacht, und solch ein, äh, Modell habe ich zum Beispiel auch hier bei uns in der Gemeinde gespendet, ähm, damit die Kids den Umgang mit den 3D-Druckern lernen. Ja, Video auch jetzt, äh, auf jeden Fall schon wieder etwas länger, aber das ist man ja hier von mir auf dem Kanal gewohnt, ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein paar nette Kommentare da lassen würdet, vielleicht können wir dort auch die ein oder andere Diskussion starten, ich versuche immer so ein bisschen mitzuschreiben, ähm, und, ja, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, gerne könnt ihr mir diesem Video auch noch ein Däumchen nach oben da lassen, ja, und natürlich auch abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, das kostet euch kein Geld, und gebt mir einen großen Support, weil, ähm, das ermöglicht mir hier weiterhin, ähm, diese Videos für euch zu machen, in diesem Sinne, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen, Däumchen nach oben, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal. Däumchen nach oben, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.